Moiniger und recht herzlich willkommen wieder zu einem Let's Play Minecraft. Ja, ich bin hier wieder auf dem Gommes, habe mal wieder seit langer Zeit. Und ja, ich habe jetzt mal gedacht, wir spielen vielleicht mal wieder eine Runde Quick Survival Games. Wo? Diese Lags immer, wenn man hier erstmal reinjoint. Ähm, zack, gehen wir hier rein. Und da geht es auch immer relativ schnell los. Verschwinden wir auch gar nicht zu viel Zeit. Drei, zwei, eins und go. Und mal gucken, wie weit wir hier jetzt kommen. Ob wir unsere PvP-Skills ganz verlernt haben. Oder, was hier denn noch alles so läuft. Oh. Äh, so, so. So. Kommt da einer hinter mir her? Oh, die Hit-Kombos. Wow. Jetzt hat der mich weggehittet. Ich hatte leider, ja, mein falsches Schwert ausgewählt. Und da rein. Ich finde das immer ganz lustig, mal so einfach ein paar Runden zu spielen. Lol. Ich spawne hier einfach direkt in so einer Kiste. Muss ich noch nicht mal weit laufen oder so. Was ähnliches. Wo geht's denn lang? Nach unten? Okay. Was war das denn bitte? Habt ihr das auch gerade gesehen? Ich glaub, der hackt. Oder? Warum konnte der fliegen? Oder sah das nur so aus? Weil bei mir flog er ja so überm Boden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch glaubt, dass er gehackt hat? Oder mir sagen, was das war. Ähm. Geil, da oben ist eine Kiste. Da muss ich ran. So. Oh, Mann. Damn. So, ein Müll. Das war eine Kackrunde. Hätte ich einen irgendwie schnell bekommen. Wäre das gut gelaufen, aber. Leider war es ja nicht so. Schnell dazu. Kiste. Ähm. Boah. Essen ist immer gut. Aber er hat mich fast noch getötet. Woher kommt das denn jetzt her? Lass mich in Ruhe, bitte. Hä? Ich hab gerade Angst. Oh. Lol. Der hat mich ja gar nicht gut gehittet oder so. Nein. Bitte, bitte, bitte. Lass mich in Ruhe. Oh. Und ich spring runter. Geil. Best. Best. Bestjump. U. 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 Und dann verschreibe ich mich beim Hubschreiben. G. Gehen wir mal schnell rein hier. Oh. Oh. Geil. Instant gekickt. Yeah. Sollen wir das am liebsten. Duh, du, du, du. Ähm. Ist hier irgendwo eine Kiste? Ach. Ich bin auf diesem Schiff, ne? Alles klar. Oh. Hat der mich gerade mit drei Hits weggekrettet? Naja. Sieben hab. Natürlich. Mal gucken. Wie viele Vorrunden haben wir denn schon gespiegelt? Oh. Erst fünf Minuten. Nice. Da können wir ja noch ein paar reinhauen. Und ihr könnt mir beim Let's Fail zugucken. Geil. Hm. Die Map kenne ich auch noch nicht. Es war mal schön, neue Maps zu entdecken. Aber es ist auch doof, wenn man nicht so weiß, wo Kisten ungefähr sind. Alter. So. Die ist ja auch gut versteckt. Den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir jetzt. Oh. Ich sag dazu nichts. Der hat mich ein bisschen besser vielleicht getroffen. Aber nur ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Oh Mann. Das war bad. Er hatte die übelste Combo. Und ich hatte einfach Luft. Gar nichts. Nada. Jente. Oh Gott. Ich muss weg. Oh Gott. Ich wollte gerade hier rein und sneaken. Und ich hab nicht gemerkt, dass einer hinter mir ist. Ich hab auch schon wieder vergessen. Wie ging das auch nochmal hinter sich zu gucken? Okay. Screenshots wollte ich nicht machen. Das F5. Okay. Okay. Ich muss mir das glaube ich mal auf irgendeine andere Taste legen. Mit dem nach hinten gucken. Oh geil. Um. Ja. Hat die schon jemanden genommen? Ja. Die wahrscheinlich auch. Ah. Ich hab jetzt kaum Equip. Weil ich einfach an so einer dummen Stelle gespawnt bin. Und was können wir noch machen? Wo sind denn Leute? Da ist noch eine Kiste. Da auch. Natürlich sind alle Kisten leer. So wie wir das am liebsten haben. Schuhe hatte ich natürlich schon. Oh, schade. Er hatte leider das bessere Schwert. Und da ich nicht so ein PvP-Gott bin, kann ich ihn leider auch nicht töten. Ähm, ja. Geil. Erstmal konnte ich nirgendwo draufdrücken. Yay. Komm, bitte. Ich brauche ein Steinschwert. Oh. Ah, Mann. Ich hatte mal so viel Glück, dass ich ein Steinschwert bekomme. Und was ist dann? Dann habe ich da so einen übelsten Tryhard neben mir, der sofort instant einen angreift. sobald der irgendwie die Chance dazu hat. Also der hat sich, glaube ich, noch nicht mal alle Sachen aus der Kiste genommen, sondern erst mal das Schwert, um mich gleich wegzuhauen. Ähm. Nice. Eine Kiste sehe ich erst mal nicht. Ah, da. Okay. Oh, mein Gott. 10 Spieler verbleibend. Okay, der, äh, Diamantbrust, den können wir eh nicht bezwingen. Alter, ist die Musik laut. Wie, ich werde jetzt getötet. Was hat der denn für einen Trank, Intus? Alter. Nicht sein Ernst, oder? Der läuft jetzt nicht ernster von einem Typen mit einem Holzschwert weg. Ich bin jetzt überall. Wie geht ihr? Whoa, 작. Ja, in, du Look. Wie geht's mir bringen? Ja, im Grünen. Hä, ich kann man смерch. Ich muss hier weg. Die haben alle einfach die Sachen. Äh. Bullshit. So. Freunde. Drei sind noch verbleibend und wir leben noch. Was war das denn gerade? Oh. Wir haben vielleicht noch eine Chance. Auch wenn die eine Diabrost haben. Wir haben jetzt gerade einfach einen Steinsch... Oh Gott. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Töte mich nicht. Warum war der schneller als ich? Ich erschecke es manchmal nicht. Ich bin doch ganze Zeit gerannt und gesprungen. Ich würde dann sagen, das war es mit dieser Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr könnt wie immer Tipps oder gerne Kommentare dazu was ich besser machen kann schreiben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und schaut doch öfter nochmal im Kanal vorbei. Tschüss und bis nächstes Mal. Tschüss und bis nächstes mal!